ja ich hab das euch gerade jetzt gerade gar nicht gezeigt den auftrag aber ist einfach easy hätte ich mal gesagt hier beim amtsträger da und als amtsträger ja der besucht hier das gefängnis ihr tapert hier ins gefängnis rein und das habe ich ja schon mal gezeigt ich habe wieder von hinten angefangen um auf dem dach alle weg zum euch hier lief der eine rum wo er schlüssel braucht und dann geht hier eine noch ein stück weg gleich beziehungsweise ein bisschen tiefer von der seite hier sind drei sonne dann das ist drei leute die über freundern wassers also ganz kurz der entführte gelehrte niemanden töten das ist bei mir mal sehr schwierig das ist bei mir mal sehr sehr schwierig ja Irgendwo gleich da längst abbiegen. Dann irgendwo da hinten. So, und die schlimmste Voraussetzung bei MyBestil zu spielen ist kein zu töten. Ich darf keinen töten. Ich darf zwar den Geläten retten, aber ich darf keinen töten. Das ist der Ort. Sei meine Augen, ich darf keinen töten. Ich habe mein Ziel entdeckt. Sand Lager Bad Raya. Sie sind ahnungslos. Vermutlich könnte ich ohne Blutvergießen hineinschleichen. Ich kann nicht glauben, was ein Mann zu dir gesagt hat. Ich weiß, du bist nachsichtig. Du musst etwas tun. Es geht um deine Ehre. Ich habe den Helfer des Mediars und dieses Großmannerschmerz. Bitte! Jetzt war ich noch mit dem Spiel. Ich glaube, ein paar Sitzel konnte ich mir ankommen. Was könnte? Was könnte? Was könnte? Ich bin hier, um dich zu retten. Gepriesen sei Allah. Es gibt nur ein kleines Problem. Ich habe Verletzungen erlitten und weiß nicht, ob ich laufen kann. Alles super. 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 Warum entführten dich die Banditen? Sie haben eine alte Legende über einen großen Schatz in der Region entdeckt. Und da ich ein angesehener Kenner der Geschichte bin, nahmen Sie an, ich könnte Ihnen bei der Suche nach jenem Schatz helfen. Ich bin hier, Sie haben mit einer nachjönen, in der Suche in der Suche nachjönen. Die Unde Hat das geklappt? Hat das echt geklappt? Ich war gerade echt angespannt. Hier bist du sicher, was diesen Schatz angeht. Schatz? Es gibt keinen, zumindest keinen der goldenen Art. Natürlich konnte ich das den Banditen nicht sagen. Sie hätten mich ermordet und wären weitergezogen. Wenn es kein Gold ist. Es ist das Wasser unter unseren Füßen. In einem kargen Land ist Wasser wertvoller als viele Hände voll Gold. Verstehe. Gepriesen sei Allah. Sauber. So, schnell reisen. Dann können wir die Aufträge machen. Ja, das hat sich gerade ergeben. Wie gesagt, den einen Auftrag, das ist da im Gefängnis. Das habe ich fast identisch genauso abgezogen. Wie vorher. Also wie damals. Wir können jetzt übrigens. So, was war das jetzt? Jede Konzentration führt sich nach jeder Tötung aus dem Hinterhalt schnell auf. Okay. Okay. Da wollte ich ran. Hast du heute schon an der Tafel nach Aufträgen geschafft? Mein Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich die schon mal gemacht habe. Bin nicht ganz ehrlich. Keinen Schaden nehmen. Niemanden töten. Können wir mal den nochmal machen. Gürtel des Orion. Und ich muss noch. Ich muss noch mal hin. das ist so wie geschwungen ich weiß nicht ob die wieder sich wiederholen die aufträge oder irgendwann mal alle erledigt sind hier war das ja mit dem jungen spricht dabei der junge da drauf war ich glaube das nennt sich nicht welt ereignis wie in walhalla sondern geschichten aus paket ich bin mal aus dem stress hier die dings benutzen die brücke mal stecke dich auf dem dach wir waren zu weit weg um schreie zu hören so Geh weg! Unser Bruder war unvorsichtig, leichtsinnig. Das hat ihn sein Leben gekostet. Mag sein. Aber dass wir uns hier zusammenfinden, ist auch riskant. Irgendwas an dieser Nachricht macht mich misstrauisch. Dann lass uns gehen. Du behältst den Anleger im Auge und ich die Männer. Zwillinge? Oder wohl eher Drillinge. Zumindest bis vor kurzem. Egal, beide Schufte müssen sterben. Was ist denn die Ablösung? Das ist wie ein Unfall aussehen. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Da rein! Geh weg! 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 Es soll wie ein Unfall aussehen. Jetzt bin ich auch das geneigt, so zu machen. Sorry. Händsaft. Kann ich nicht ins Wasser schmeißen? Oh, du mir einen Gefallen. Bruder, halt an! Alter. Ey. Meine Steuerung ist irgendwie. Ich krieg mich nicht. Was ist denn, Sadiki? Ich kann mich nicht insinieren. Ich kann mich nicht insinieren. Ich kann mich nicht insinieren. Lass deinen Blick schweifen. Keine rua. Ja. Oh. Alter, sprichst du mal da rüber? So. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Komm da weg, Sadiki. Es ist zu gefährlich. So, 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 so. Ich bin hier. Wie kann man das jetzt noch für einen Unfall aussehen lassen hier? Hm. Nein. 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 Du bist unerwünscht. Das dauert nicht lang. Scheiß dir in die Hose. Nur noch einer. Okay. Ich muss hier schnell weg. Ich muss hier schnell weg. Ja. 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 Am besten bleibe ich im Schatten. So. Das war gerade aber ein Kampf. Also Krampf, nicht Krampf. So. Das ist aber vermutlich mit Recht. Den ganzen Weg nochmal da hinten rumlaufen. Okay, ich habe gedacht, ich komme hier lang, aber leider nicht. Shit. Du bist unerwünscht. Ja, ja. So, aber kann das sein, dass entweder ist der Sound irgendwie andersrum oder ich habe irgendwie... Ich habe immer das Gefühl, ich gucke nach rechts, aber der Sound kommt von links. Ich habe mich nicht. Are you kidding me? Oh. Ich will den klar, glaube ich. Guck mal den da. Hm? Hm? Oh. 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 Okay, er kommt hier lang. Okay, er kommt hier. Das könnte funktionieren. Den. Und dann habe ich ihn fast. Dein Schicksal ist besiegelt. So, wo bist du? Weil du kommst auch gleich. Genau, das habe ich nur hier erwartet. Das war hier ein Kampf. Das war hier. Das war hier. Das war hier. Alter, wie soll ich den kriegen? Das war hier. 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 Wie ich es wollte. Aber egal. Ich habe es geschafft. Und das ist wichtig. da hat sich das spiel aufgehängt oder was was sie uns entdeckt ja das hätte ich irgendwie auch anders lösen können aber irgendwie ich bin auf der komplett anderen seite gehen wir doch mal ganz schnell gucken bevor wir jetzt hier endlich da unsere points kriegen hat er das jetzt genommen hat er genommen ostermontur das heißt fertigkeiten uns fehlen noch zwei points aber er hat irgendwie gar keine gar nichts verteilt jetzt ne ach kriegst du wahrscheinlich nur wenn du das vernünftig machst und nicht so wie ich mit dem pfuschen also muss ich doch noch ein auftrag machen oder was okay mach ich noch einen auftrag und dann habe ich hoffe ich dass jetzt ist ja das kommt davon wenn du das nicht richtig machst kriegst du auch nix aber ich hätte gedacht dass irgendwie ein bruchteil noch ich nehme mal den spitzel befreien keinen schaden nehmen die tänzerin sicherheit bringen aber ich darf niemand töten ich glaube ich nehme den hier die tänzerin na wo ist die denn what im hauptgroßen palast das wird nicht gut nicht gut nicht gut Leute äh sorry da ich glaube dann machen wir es von hier aus und dann hüppeln wir da halt und dann hole ich mir den und dann hole ich mir den